Alles klar, ab und zu mal Werbungstraining. Warte mal, bin ich richtig? Sind wir 304? Doch, 304? Warte mal, ich kenn den Titel damit mal her. Junge, Vin Diesel, was guckst du mich so an? Warte mal. Das ist doch dieser schizophrene YouTuber. Warum guckt ihr so dämlich? Kommt ihr überhaupt nicht an? Das ist doch dieser behinderte TikToker. Was klotzt denn da so? Junge, wenn du ein Foto willst, dann komm her. Ja, der guckt nicht an. Sondern Schatz im Gesicht oder was. Digga, also jetzt wird's ein bisschen unangenehm. Hey. Oh, hey. Bist du nicht dieser schizophrene YouTuber? Bist du nicht dieser behinderte TikToker? Ja. Oh, sorry, Mann. Bist du... Ja, also... Ich hab ne Freude. Ja, ich auch. Also du bist nicht... Nein, ich auch. Du? Also... Freut mich. Ja. Okay. Alles klar, Mann. Wie wärs, wir können ja zusammen... Also ich mach jetzt... Ja. Mit Video. Ja, klar. Wir drehen einfach was. Ja. Alles klar. Okay. 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 Alles klar, ja. So, wir haben gedacht, wir machen zusammen Videos. Genau, jetzt drehen wir einfach Videos. Nein, unsere Kategorie wird heißen Tick. Jetzt machst du Talk da. Talk. Und zusammen Talk. Talk. Guckst du in die Kamera oder in die Kamera? Äh... Ich guck in beide. Also wir sind hier richtig krass ausgestattet. Wir haben zwei Kameraleute, wir haben Licht und wir haben hier ein Studio zur Verfügung gekriegt. Was heißt Trash? Müll. Ja. Okay. Was ist die überhaupt her, Alter? Ist das jetzt... Ist das jetzt nicht... Ist das nicht... Ist das nicht... Ist das nicht... Ist das nicht so? Ich kann nicht so nach. Ist das Leben, was mir so gefällt. Ich kenn dich sogar. Ah, das ist spannend. Das ist... Also ey, Dicker, nix für ungut jetzt, ey. Ich bin... Kein Hate so, aber... Ich dachte, ist das meine Frau. Ey Leute, mein Bruder wirft jetzt die Flasche drüber, Mann. Oh, das springt dann. Ich glaub, den hab ich schon mal gesehen. Mach mal. Das springt dann. Oh fuck, da kommt ein Mann, Alter. Alter, Alter, Alter. Oh Mist, komm, Alter. Scheiße, Scheiße, da kommt ein Mann, Alter. Oh fuck. Oh fuck. Erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit, wo ich äh ältere Leute mit Kastangen abgeworfen. Ja, aber da hat man da keine iPhone 11 in der Hand gehabt. Da hat man geworfen und so... Ja, sind ehrlich. Und wenn die uns gekriegt haben... Wir haben in Kasachstan, haben wir äh Steine geworfen gegen Autos aus dem Busch. Wir wollten beim LKW zwischen den Reifen treffen, weil diese Musi, Alter. Oh Scheiße. Wir auch. Aber wir haben versucht noch in den Aufpuff zu treffen. Das war noch schwierig. Alter, wir haben vorhin von den Gästen voll auf die Fresse gekriegt. Wir auch. Oh. Geil. Schmeckt super. Sehr lecker. Schmutzis. Das Finkel. Es ist lecker. Lecker Fruchtis. Ich schwör's dir. Genau so die Videos mache ich auch. Geil. Also. Habt ihr noch mehr Deems vom TikTok? Dann schreibt uns in die Kommentare oder markiert uns da in diesen oder markiert hier den TikTok Meister. Und wir werden uns die dann zusammen angucken. Und ähm. Dann schreibt euch ein und seid wieder dabei bei TikTok. Talk? Talk. 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 Ciao. Ne, jetzt mal ohne Spaß. Ähm. Ich wollt auch noch was sagen, wenn ich darf. Mhm. So, ich bin eigentlich auch Spaß jetzt hier und zwei Stunden hergefahren. Nein. Ähm. Genau. Sende uns doch bitte. Wenn die auch. Wir können uns doch privat schreiben. Sende uns dann bei Instagram. Die komischen TikTok. Die Fotos, die ihr je gesehen habt. Ja, aber kein Mobbing. Sende das Schlimmste. Ich schrei in den Flug. Das Witzigste. Und auch. Manche Leute wissen auch, dass ich ein paar TikTok gehasse. Auch die Leute, die ich nicht so gern mag. Einfach versenden. Wir gucken uns das gerne an und machen eine Reaction. Ciao. Bist du dich fertig? Ich bin fertig. Ich bin fertig. Es gekne. Bis zum nächsten Mal. France verection gehts